Am 3. Oktober, am Tag der Einheit, fand in Oberndorf ein Fest der Demokratie und Vielfalt statt. SWN TV war dabei und hat sich umgeschaut bei diesem Fest der Vielfalt gegen den dritten Weg, der hier in Oberndorf sich niedergelassen hat. Wir wollen keinen dritten Weg in Oberndorf, auch wenig von SWN TV. Auf Nazi-Propaganda, es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda. Wir wollen keine Ahnung, was wir hier in Oberndorf, was wir hier in Oberndorf, was wir hier in Oberndorf, was wir hier in Oberndorf. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020